Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute haben wir eine kurze Update Notice über den Guild Siege bzw. Guild War und zwar wurde der jetzt auf jedem Server verschoben auf 9 Uhr abends Serverzeit. Das heißt Burudeng ist das tatsächlich 9 Uhr abends deutsche Zeit, auf Totemia ist es 10 Uhr abends Serverzeit. Also immer mit der entsprechenden Zeitverschiebung, je nachdem auf welchem Server man spielt, aber 9 Uhr ist die Zeit die da quasi ingame angezeigt wird. Also das ist ganz hilfreich, dass ingame quasi immer die Serverzeit steht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also das ist das Update. Jetzt quasi nicht mehr 13 Uhr. Also ich glaube es hat niemand gesagt und das heißt schon was. Gut, ich meine es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen würden, ja mir passt 13 Uhr schon besser, wenn man es jetzt so anspricht. Aber so von der Guild oder auch vom Stream her, niemand hat eigentlich gesagt, 13 Uhr ist eine geile Zeit oder passt mir viel besser als abends oder so. Das hat eigentlich wirklich niemand gesagt. Also jeder hat eigentlich gesagt, 13 Uhr, was ist das für eine Uhrzeit für ein Guild War? Voll bescheuert, warum ist das nicht abends? Und jetzt ist es abends. Zum Glück, also es wurde geändert und heute ist dann zusätzlich noch ein Party XP Boost Event. Haben sich die meisten Leute nicht so drüber gefreut. Ich mich auch nicht. Aber die gute Nachricht ist, heute kriegt man mehr Party XP plus 30%, aber ab 0 Uhr, also Sonntag 0 Uhr, kriegt man 30% mehr Spieler XP. Also ein ganz normales XP Event. Das heißt Sonntag 0 Uhr bis Sonntag 23,59 Sekunden läuft dann quasi ein 30% XP Event ganz normal. Das heißt Sonntag kann man dann fett leveln. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ich bleib mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch taugt auch die neue Gateward-Zeit mehr als die alte. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream, Link in der Beschreibung oder im nächsten Fly of the Universe Video. Bis dahin, ciao, ciao. Video. 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 Video.